Hey, hat hier jemand Bock auf Borderlands 2? ARDERSHIP Da 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 DJA Here we go hallo und willkommen zurück zu borderlands 2 heute mal mit neuen fahrzeugen und wer sitzt da schon drin hier als fahrer im rechten fahrzeug mit der nummer 23 bis der nico dem sein beifahrer heute auch wieder in der nummer 23 auch mister nico der nein das ist zero das ist sehr viel und hier der kleine pirat ja gut fleißig durch die gegend macht ich auch nicht größer geile karre ich würde sagen nicht viel rumquatschen hallo hübsche frau ab geht die post hat er auch die sägeblätter die man schließen kann das sein dass ich jetzt zwei verschiedene geschütze habe habe ich mehrere geschütze jetzt schon als halt ein hochkant und eins breitschießen ja genau elementar aufgeladene feinde sind immun gegen schaden ihrer eigenen elementar art ein feueres gag wirst du niemals mit einer feuerwaffe besiegen können naja so da ist unser ziel auf der rechten seite ja genau einfach mal rein brettern hat er gesagt und die kette da durch soll ich direkt mal den da weg netzeln durchgeknarrten marodeur mit dem sieg einfach rein da lass ja so sieht es aus angriff ja dann einfach draufgerotzt oder wie es das macht ja gar nichts ich geh jetzt mal rein hier hat sie gebraucht wird es in ihm stecken ne jao hat er aua oh Gott yeah wie stylisch der zio da raussprung schon wieder diese folge resistenten wichser ne dieser typ der blul 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 die hat er zwei halt ne oh jetzt kommt sauron So ähnlich glaube ich, der hat da was. Oh! Was wackelt da? Hahahaha! More! Oh! Und seine fröhlichen Zwerge! Ah scheiße! Ich hab's direkt zerlegt! Nachtsmann! Auf die Zwerge drauf! Leute! Oho! Oho! Ah! Leute, wieder mit dem! Okay! Ah fuck! Ich hab's öfter nur noch ein Leben! Ein einziges Rohr! Krass! Alter, mit einem Schildschlag wieder kaputt gehauen, ey! Ich glaube, ich bin... Wie ist denn der drauf, Sammer? Hier! Der da hinten! Oh! Warte mal! Ja, komm! Jawohl! Schnell weg! Krasser Bullshit hier! Keiner wiederbelebt! Ah, Ralfe! Schaffst du's? Nö! Ich hab' gar'n Gegner mit! Ne Freunde, macht das... Nein! Mein Dank ist dir gewiss! Verdammt! Hinter uns! Ah, ich kann mich nicht weiter drüber sehen! Geh los! Wieso habt ihr mich nicht wiederbelebt? Achso, weil ihr selber liegt! Ich verstehe! Ja! Es ist gerade ein bisschen... Doof! Fahr an schon! Nein! Danke! Ah, hinter dir! Direkt hinter dir! Ah, richtig! Nein! Nein! Leck das! Scheiße! Warte! Ja, ich... Nee! Gleich! Der Typ ist halt direkt hinter uns! Es geht gar nicht lang! Ja, ich weiß! Ich wurde gerade gekinnt von ihm! So! Gott! Ey, was ist das denn für'n Vieh? Der ist echt mir zu hart! Der ist echt mir zu hart! Ich muss hier weg! Von diesem Weihnachtsmann will ich keine Geschenke bekommen! Na! Geht's mir weg! Alter! Ich hab grad 500 Dollar für die Wiederbelebung gezahlt! Ja, ich sech! 100! So! Freundchen! Jetzt ist hier aber Achterbahn! Der hat übrigens ein Loch in der... In seinem Schild! Da fickt der ja immer schön rein, ne? Komm, sau! Hier nachgeladen und weiter drauf! So eher nicht! Exakt! Kann man da durchschießen und seinen Kriter verlaufen! Vorsicht, Granate! Und direkt in seine Eier geht! Haha! Also wenn der's so weit oben hat, ey! Dann weiß ich auch gut! Jetzt aber, kommt! Kriterisch auf's Kopf, auf's Kopf, auf's Kopf! Oh! Losgeschützt! Nach dem Rest! Ich fass mich grad übel schon! Okay! Boah! Alle wieder weggesnackt hier, ja? Moment! Das war jetzt ein normaler Gegner? Nein! 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 Das war hier der... der Boss vom Lager! Haben wir euch irgendwas... irgendwas cooles bekommen hier irgendwer? Nein! Moment! Ich gucke! Blaues gesehen! Ja! Das habe ich aufgenommen und es ist eine Pistole! Erforderliches Level, Level 13! Oh! Haben wir noch nicht, ne? Hocheffektiv gegen Schilde! Oh! Schau mal! Alex! Ich glaube, das ist für dich... Was denn? Ein Ruder! Äh! Nicht ein Ruder! Ja! Ein Steuer! Ein Steuerrad! Okay! Ich beaktiviere es, okay? Ja! Warte! Der Ralfinger muss noch! Komm! Wo sind wir denn? Hier! Bei Fuß! Komm her! Komm her! Geil! Jetzt geht's noch! Oh! 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 Alle wollten drunter stehen! Klar! Suizid for the win! Hm! Aha! Wer sagt, Suizid gefährdet sei was Schlechtes? Reise! Reise! Jemand reise! Jeder tut's! Du musst jedes Objekt in deinem Inventar als Favorit oder Schrott markieren! Wenn du einen Verkaufsautomaten ende! Hier! Cool! Wusse ich gar nicht! Ach das ist das X! Da! Ist das ganz bestimmt! Aber wenn Roland etwas zustößt... Sieh zu, dass Roland nichts passiert! Herzlich willkommen! Herzlich willkommen, Kunde! Und maximale Gäste! Was wahrscheinlich Geschwindigkeit ist! Äh! Plus 77! Das finde ich ganz nice! Mal ausgerüstet den Crap! Ja komm, kaufe ich mir das auch mal! Was haben wir jetzt nicht mehr? Du hattest doch so einen Teambonus drauf! Nein, hatte ich... Ne, ne! Ich hatte nur erhöhte Feuerrate! Ich habe keinen Team Skill gehabt! So! Habe ich das jetzt gerade ausgesehen? Oh! Markus Gunbringer! So! Ich bin bereit! Ich würde sagen, wir müssen nach oben, oder? So wie es aussieht! Ja! Joa! Äh, Zero ist noch am Ankaufen! Tja! So! Kann man was zu sagen! Äh! Oh! 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 Oh Gott! Ich bin aber direkt draufgegangen! Ich bin aber direkt draufgegangen! Ey! Könnt ihr mal, äh... Warten? Ich will auch sterben! Ja! Weißt du! Es wird schneller deinen Kaufrausch aufleben! Nein! Wache leer! Oh Gott! Ganze zurück und nachladen, oder? Äh! Keine Panik! Ne, ne! Äh! Vom Magazin her! Das war ja gerade crazy ihr Jungs! Ein Herzchen zeigt da vor seinen Kopf, wenn er jemanden wiederbelebt! Also ja! Ich muss auf jeden Fall noch mal Lebensenergie kaufen! Ich war total viel verloren! Oh, ne! Passt auf, Iterians! Die Füllerin ist viel für Roland! Eine Million zurück! Das war zu viel gerade! Hallo? Ist das Ding an? Ah, das kriege ich wieder hin! Du kümmerst dich um die Bloodshots? Sie haben versucht Roland zu erledigen, seit er sie aus Sanctuary vertrieben hat! Ach! Ich hätt's wissen müssen! Uh! Ich hab's Iridium gefunden! Auch Level 13 schaffen hier, kann das sein? Ah ja! Wir müssen unbedingt nach Sanctuary mal zurück wieder diese, ähm, Monster kaufen! Wir haben glaube ich so viel Iridium jetzt! Ja, aber das kann man ja machen, wenn wir die Quests abgeben, oder nicht? Ja, ja, na klar! Ich meine nur, das müssen wir... Wir haben ja nur noch die! Ja, das ist der Ziel glaube ich jetzt! Ach du Scheiße! Ich frag mich gerade, warum sind wir eigentlich Level 12 und die schon Level 13? Und dann guck ich, wir haben noch keine einzige Quest bis jetzt abgegeben! Richtig! Ja, da liegt's! Ja, macht ja nichts! Es ist umso spannender! Wo rennt ihr eigentlich die ganze Zeit rum? Warum gehen wir nicht weiter? Was ist hier los? Keine Ahnung! Ich hab meine Schwierigkeiten hier! Sooo! Wo seid ihr? Oh! Erstmal den Safe kaputtet! Medikit! Hier ist noch ein Medikit! Ich hab ja auch Medikit! Ender! Da geht's! Oh! Und jetzt ist das so ungenau! Ist das so ungenau! Oh! Oh! Ich kann einem Puttenweh wie ein Haar ausgerupft kommen! Ich gibt's! Oh! Oh! Ah! Hat irgendwer zugehört, was der gesagt hat, ich hab's freundlich verstanden? Ja, ich auch. Boah! Einfach doch, ein Gegner, der hat einfach mal... Du wirst doch an mich denken! Wow! Der brennt immer! Komm nicht mal jemand kurz halten! Please! Please! Auf die Treine mit dir weiter! Steinen, aber ich bin hier! Okay! Oh, großer, großer Bänder ist ein bisschen glücklich! Ach, was war der? Okay, hör auf! Wir sind da, wir sind immer so ein bisschen glücklich. Na, 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 na! Oh Gott! Ich bin da, ich bin da, ich bin da! Ich bin da, ich bin da! Alles klar, ich bin da! Alles klar, ich bin da, ich bin da! Bin da dran, bin da dran! Okay, danke schön! Danke schön! Ah, nein, da ist der Nächste! Von rechts hoch! Oh, der fehlte! Nein, 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 nein! Oahhh du Wichseru! Ja warte! Fast schon, ich glaube ich kriege den! Ah, sch. Ja, ich hatte den gekehlt... Nee, egal! Danke dir! In der Action! Ich kanne nicht mehr! wo sind die leute wir können alle so coole moves machen, was kommt hier? moves like checker wollen wir mal level 13 hier freilich? als ich... ja Alter, ihr vergesst immer den loot hinten, ne? ja, das kann sein und sephiron ist schon wieder vorne mittendrin, was er eigentlich nicht tun sollte hey, oh Gott oh, oh Leute bleibt bei mir! dankeschön oh, seph ist mal wieder tot oh nein, ich seh sie nicht, ich seh sie nicht, wo sind sie? ah, hier über dir hey, ich hab grad einen gekillt, warum bin ich nicht wieder beliebt? das war ich, das war ich hinter dir ich wollte dir ja helfen, aber ich hab dann aufzusehen getötet ich hab dann aufzusehen Leute ich bin links oh, ich brauch dringend Heim nein, nein nein auch Matten nein, nein ich war Kastara scheiße hier wird's noch am Leben da unten Moment oh oh 400 Dollar ah fuck wals ihr könnt ja genau Level 13 ihr werdet übrigens nicht getroffen, wenn ihr euch hier duftet ne also könnt ihr euch ruhig hier immer wieder und euch wiederbeleben oh, dieses Tourette da ja, ich hab den Typen im Tourette abgeschossen der, da sitzt einer drin gut und Level Up um fortzkillen rechts oben, rechts oben so oh was war das jetzt grade hier ach der nein scheiße kann grad jemand heilen ja wenn ich dich gleich finde Acht Acht okay oh, hier hier Achtung äh jungs äh ja Level Jungs ja, ich komme scheiße äh ne, warte nein aber wenn da das noch einer da ist noch einer da ist noch einer da ist noch einer so sind wir clear oder was sind wir clear Wollen wir mal zurück zum Automaten, ein bisschen Lebensenergie kaufen? Es liegt noch, in den Kisten liegt noch ein... Ja stimmt, es könnte Loot hier rumliegen, hast du auch wieder recht. Ich glaube dahinter haben wir nicht wirklich gelootet alles. Ne, da war noch eins drin, das habe ich liegen lassen. Hier ist auch noch eins. Hier war irgendein Granaten-Mod drin. Alter, Alter. Ich habe einen Raketenwerfer gefunden. Und ich habe Munition dafür. Ja, ich auch. Ich kann jetzt diese... Ihr seid ihnen schon wieder. Alter. Jetzt habe ich keine Waffe, ey. Ey, ganz ehrlich, was machen hier drin diese Waschanlagen, ne? Na ja, die sich... Oh, mach ganz kurz, ich habe einen Telt gefunden. Es ist nicht zu übersehen, dass die Crimson Raiders, die ihr bekämpft, brachiale Feuerkraft haben. Wenn ihr eine Chance gegen sie haben wollt, werdet ihr euer Arsenal aufstocken müssen. Ihr könntet eure Männer mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten. Kaufe bei mir ein. Und diese Crimson Raiders sind in Nullkommanixen tot. Also das ist mir jetzt neu. Ja. Ähm. Und was auch ganz neu ist, ist, ey, Leute, nicht vorherrennen. Der Part ist vorbei. Wir müssen mal wieder Schluss machen für heute. Oh. Aber hier am Speicherpunkt ist doch schön. Ja, mit diesem schönen Speicherpunkt, diesem tollen Radio, wo ich jetzt mal Sender wechsel, weil das kotzt mich an, dieses scheiß Radio. Und dem tollen Ventilator mit meinen drei Kumpels, ja, verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.